Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge Tee, Tee, Motherfucking Tee mit Kutcher, Bart, Hilfemann, Galles, Splidermann, Splidermann. Und das Beste kommt zum Schluss. Richtig. Johnny, Kutcher. Okay, wir haben eine Map, die mir jetzt hier auf den ersten Blick irgendwie gar nichts sagt. Hat eine Menge Räume. Kutcher, 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 Kutcher. Oh ja, die Schulmap, die war mal richtig cool. Alter, ich bin ja die ganze Zeit muted, sag doch mal was. Kutcher, du bist muted, sag doch mal was. Warum bin ich überhaupt muted? Ich müde mich nie. Warte, hör auf, warte, warte, warte. Alter, das ist im Filmstudio. Alter, du bist ja richtig cool. Hätte ich bei dem Namen gar nicht gedacht. Guck mal, hier gibt's nicht nur eine Waffen. Lol. Was ist denn hier, Tim? Ist hier was cooles? Nee. Kann man doch die Dinger rumfahren? Ah ne, jetzt sind Kameras. Ich glaube, Vlesk ist Trader. Doch, hier ist noch eine Tür. Ist an mir vorbeigelaufen, ohne was zu machen. Tim, hier geht noch mehr, hier geht's doch weiter. Wo ist das Filmstudio denn? Mach mal die Tür zu. Hier? Alter. Aber was drehen die denn hier in dem Set? Das ist ja schlimmer als noch zwei. Ist ja eine schwarze Couch, ne? Mach mal die Couch. Die Web ist riesig. Ja, ich würde gerne in der Filmbusiness arbeiten. Ich bin auch bereit. Lass mich mal, lass mich mal. Hallo, ich bin der Thorsten. Ich bin 23 Jahre alt und ich suche eine Holdemite, ein bisschen Liebe zu machen. Wenn du Lust hast. Hey, nicht auf mich drauf ziehen. Hallo, ich bin der Philipp und ich bin auch dabei. Könntest du Fleisch mal die Klamotten ausziehen? Ich bin der Philipp und ich bin auch dabei. Hey, abonniert mich mit Twitch Prime. Irgendjemand ist gerade von mir in den Traitorraum gegangen. Twitch Prime. Wer ist denn da? Hier, hier, warte mal. Wer ist denn hier? Turbo, hier Tim. Guck, hier hinten ist ein Traitorraum. Hier hinten ist ein Traitorraum. Hier ist irgendeiner da reinge... What? Wo bin ich jetzt gelandet? Warte ist der jetzt drin. Warte ist der jetzt drin. Warte ist der Traitorraum, ey. Ja, weil der Turbo hier drin hat. Leckt ja gar nicht. Warte, ich, Alter. Turbo ist im Traitorraum. Alter, bitte. Geh mal weg da. Was ist das hier? Hier sind Fake-Türen. Alter, hier ist ja wirklich... Ey, ich will auch kacken. Ey, block doch nicht. Mann, ich will aufs Klo gehen. Okay, okay, jetzt, lass mich in Ruhe. Mann, kannst du die Tür zu machen? Kann mir die Tür zu machen? Alter, YouTube-Space ist echt cool, ey. Ja. Gehst du nicht hinten? Jeder Raum sieht anders aus. Keine Ahnung, Alter. Oh, sorry. Keine Ahnung. Noch ne Treppe? Alter, das wär voll geil. Alter, das wär voll geil. So mit Greenscreen und Elgato-Stream-Deck. Ja. Oh, da ist der Webcam für Streamer. Ey, hallo. Teng. Ey, hier sind Melonen. Ey, hier sind Melonen. Unnormal belohnt. Ich möchte diesen Teppich nichts kaufen. Ja. Ich versteck mich. Ich versteck mich. So, braucht jemand. Kutcher, wie kommt man da hoch? Ich will auch da hoch. Ich bin bei Turbo-Tim. Wo hoch? Lass das Ding mal anschieben. Ah, hier hinten Johnny. Johnny, voll hier. Johnny, da sind Treppen, da musst du benutzen. Ich bin die Kantinenfrau und heute gibt's ein bisschen Galaxy-Suppe. Ich weiß, du kannst du Frau Scooter nicht singen. Das geht mir so weit. Alter, es redet doch nicht alle durcheinander. Warum nicht? Echt nicht singen, bitte. Ey, du bleibst ja echt, du bist ja richtig hängen geblieben Kutcher. Ja, danke. Hier, komm, hier bist du oben. Es gibt's denn hier oben, sonst ist die Sound. Ehrlich, das stimmt ja, das passiert ja wieder nichts. Wahrscheinlich, ne? Ne, warte, jetzt geht wieder runter, Matt. Hey, yo. Hier oben muss doch irgendwas gehen, oder? Ne, nicht wirklich, glaube ich... Jetzt hab ich ein Ohrwurm. Ich kann dir meinen Fak-Türen. I can show you my... Yes! Lol, Johnny! Wow! Wow! Hallo, Hilfe, Mann! Johnny... Warum? Hey, warum? Weil du immer mit Johnny Trader bist. Hey, hallo, Tim! Tim aller! Das hätt ich nicht von dir gedacht. Ich auch nicht. Das ist ganz schön toxic gewesen. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Die Frage ist an der Stelle. Das kann ich gar nicht finden. Was sagt Bröki dazu? Gar nichts. Der sagt wahrscheinlich gar nichts, Bruder. Der lebt seine Pause. Ich find euch einfach absolut nicht. Oh, jetzt sieht jemanden gehört. Da war eine Shotgun am Werk. Ja, das sag ich auch gar nicht. Johnny war ein bisschen Traitors. Shining Shimmering. Aua, Aua, irgendwas schießt auf mich! Ich schieß auf dich, weil du gerade jemanden weggemachtest, du Opfer. Frage ist, verdient Johnny mit der Folge Geld, oder ist das für ein Zweitkanal? Blatterman ist es übrigens, ne? Boah, warte mal, jetzt hier nicht so tollwütig, Junge. Weiß ich gar nicht. Ah! What? Ich hab mir grad die scheiß Bank Schaden gemacht. Drrr, drrr. Bam, bam, badabam, bam. Badabam, bam, bam, bam. Hä? Ich glaub, wenn ich mich nicht bewege, siehst du mich nicht. Alter, der Server hat einfach geleckt, wenn ich Bart dir den Kopf geschossen hab, oder wat? Ich hab einfach genau in dem Moment abgedrückt, wo du mich tötest, Alter. Aber der neckt heute wirklich echt, ne? Also, keine Ahnung, ich stand halt mit Bart in der Tür, Ich hab wirklich, ich muss mich mit der Druck kümmern. Denk mir ja, okay, töne ich dir dann einfach. Ruf mal an, weil Herr Nix, Carlo. Hallo? Mein Kutscher, wofür geb ich dir eigentlich meinen Twitch-Sub, wenn du den nicht für den Server verwendest? Hallo, Nighttrado. Ja, stimmt, ey. Gibt's viele Sachen zum Auslösen, ne? Ja, aber nix davon funktioniert, irgendwie. Also, ich hab immer noch nicht jede Ecke dieser Map gesehen. Ah, hier unten war ich noch gar nicht, Kyle. Lass mal gucken. Ich bin übrigens inno. Hallo, Nighttrado. Hallo, Nighttrado. Mein Kutscher, wo bin ich da angelangt? Wir verdienen übrigens auch Geld mit dem Zweitkanal, ne? Weißt jetzt gar nicht, was das sollte, Kyle. Ja, aber wo lebt denn das hoch? Zweitkanal. Warum denn? Ich will dir keine Klicks auf das Video, oder? Radioactive, Radioactive. Kennst du doch. Ach so, auf deinem Main-Kanal kommt da auch viel an, Kyle. Ja, ja, aber hauptsächlich der Likon. Ich bin Likon, lächeln schon. Ich spiel nichts anderes. Hallo, was soll denn das jetzt? Bitte nicht das Wasser explodieren lassen, danke. Ne, bin ich nicht. Okay, lass mal alles kaputt machen, oder? Ehre. Schau mal auf, wie alles kaputt ist. Oh, sorry. Ach du! Oh mein Gott! Scheiße! Hallo! Dann kannst du mir nicht erzählen. Okay, ja gut. Oh no! Hallo! Äh, Kalle, ähm... Ich... Also... Was hast du denn da gemacht? Ich dachte, dass es Kutcher Traitor ist. Aber jetzt... Nein! Na! So, jetzt... Sorry, ne? Aber das muss halt sein. So, Kutcher ist es nicht. Haben wir schon rausgefunden. Nein, was jetzt auch nicht. Ach du Scheiße. Das ist natürlich... Also, das hier... Bisschen eskaliert jetzt hier. Also, nach... Lass mal alles kaputt machen. Es sind hier drei Leute einfach gestorben. Vor allem drei Innus. Das heißt, ja... Ehre! Ja... Das ist mal ein guter Zufall auf jeden Fall. Das stimmt. Gebe ich dir recht. Oh Gott! Äh, Kalle? Ey, Flaske! Hier! Bruchst du mich so an? So, was machen wir jetzt? Tim ist auch tot. Wollen wir ein Spiel zu dritt spielen? Ne, das Problem ist, dass ihr beide jetzt Traitor seid. Weil alle anderen sind confirmed. Hä, wir sind doch keine Traitor. Alter, wir kippen hier in der Wand. Das verstehe ich nicht. Turbo Tim. Ehre. Gut, dann müssen wir natürlich anders an die Sache rangehen. Ah! Oh! Nein! Ich dachte, du kommst von der Seite! Ah, Bing Bing Bong! Oh, Leute! Da kommt der Bing Bong noch! Oh! Keiner Beat. Ah, ey! Bist du aber in Team 4 gestorben? Äh, scheinst so? Mann ey, der macht dich Jona einfach weg, ey. Ja, aber... Der ist hier auf eine Minute eingestellt. Also, ich dachte auch... Ich kann das schon verstehen. Ich kann das schon verstehen. Also, im Endeffekt hab mich eigentlich Kalle getötet. Ne, ich hab dich getötet mit dem... Also, bei mir war's auch on purpose. Weil ich hab gesehen, du stehst neben dieser explosiven Tonne. Das Problem war halt echt, ich war stuck in der anderen Tonne. Ich konnte mich halt nicht wegbewegen. Chris, bist du in den kleinen Raum gelaufen? Ne, ich war hier hinten. Aber ich fand schön, wie du gesagt hast, lass alles kaputt machen und dann hast du mich kaputt gemacht. Das heißt, ich bin dein... Nein, nein, Johnny hat das gesagt. Das hab ich natürlich genutzt. Ich hab hier ne C4 reingelegt. Und heute der Style Show. Pass auf, Johnny. Ich geh nochmal auf die Tonne danken. Wie kann man denn... Wie kann man's sprain, Tim? Wenn du inno bist, dann willst du die kaputt machen, ne? Ne, geht das nicht. Hä? Ich hab die eben auch kaputt. Du hast dann wahrscheinlich nicht... Ja, aber Bart ist dann gestorben und ich dachte... Aber ich hab bei mir was drinstehen. Ja, aber das ist jetzt nicht meine Schuld, dass du nichts im Kopf hast. Oh, wow! Was soll das denn? Wann bist du so? Weiß ich nicht. Abonniert meinen Kanal. Ja, stimmt. Ne? Kade will, gern die 100.000 Kacken. Guck mal, a salty surprise. Einen Knopf wählen dafür. Alter, geiles Bild. Direkt daneben den Koks, Mann. Warte mal, wo ist er denn? Kann ich den denn machen? Tee, oder ne? Geht man nicht. Nee. Tee. Wie kann ich das nicht machen? Je. Wir sind ein bisschen stuck, Leute. Äh, uff. Wieso bist du noch stuck? Hartstuck, oder was? Wieso stehen jetzt hier vier Leute im Raum? Na, vor allem. Ich hab den Rank-Up geschafft. Ich hab keine Shotgun. Ich hab einen Shotgun. Was ist das hier? Also ich hab halt wirklich keinen Shotgun. Tim, erzähl mal so ein bisschen, was du die ganze Zeit so treibst. Äh, also ich chill hier gerade. Ja. Überleg mir, welches Bild ich als nächstes auf meinen Spray packe. Und womit ich den lustigsten Witze voll machen kann. Okay, find ich cool dann. Wer ist da hinten drinne? Ich. Oh, was ist das? Oh, oh. Oh, oh. Oh, was ist denn das? Von daher, äh. Ja, ich find dich persönlich auch sehr amüsant. Tweet des Jahrhunderts. Wollt eigentlich mal einen Melonen mit rausnehmen. Jünger, irgendwer hat gerade ein bisschen subscript und mein Love-Track geht los. Ja, danke für den Sub. Wollt ihr auch in Kutschas Aufnahme zu sehen sein? Ich bin vorgestern am PC eingeschlafen und dann hat irgendjemand auch gesubbt und ich bin aufgewacht vom Sub-Sound. Tim übrigens, also, wenn ihr auch in meiner Aufnahme zu sehen sein wollt, habt einfach jeden Donnerstag zwischen 11.30 Uhr rein. Ja, immer schön rein. Tim, jetzt mal Realtalk übrigens, ne? Ja. Wenn du noch mal meine Lieder on-Lol und die als deine darstellst, dann hackt's aber richtig. Hab ich gar nicht gemacht. Alle denken, dass es von dir ist und die posten die ganze Zeit zu mir und sagen so, guck mal was Tim für einen coolen Song gemacht hat. Ja, aber dann sind die dumm. Ja. Dann sind die dumm. Dann sind die dumm. Okay, wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Dahinten. Ich nicht. Ich war das. Ich hab noch mal zu. Hallo. Jungs. Bart. Nein. Aua. Tim. Und. Oh. Ei. Also. Ei. Was war das denn jetzt? Okay, guck mal, wollen wir ihn holen? Da kommt Les. War immer noch alles? Und der war auch noch. Ah! Les steht auf Johnny. Les steht auf Johnny. Das heißt, beide Trader leben noch. What the fuck? Les hat gerade Johnny weggeballert. Okay, wo ist der? Weiß ich nicht. Die Frage ist, kriegen die nur Overtime, wenn die selber die töten oder wenn die allgemein sterben? Trader, meinst du? Ja, du jetzt zum Beispiel. Ich bin kein... Alter. Du bist 100 pro Trader. Ah, Vles hat mich angeschossen. Vles hat mich angeschossen. Ja, Vles und Johnny. Eh, Vles und Kutscher, Alter. Okay. Euch. Wenn einer von euch jetzt hier reinkommt... Hallo, Carlo, wo bist du, wo bist du? Das sag ich dir doch nicht. Du bist ja vielleicht auch einer. Alter, Vles hat mich gerade angeschossen. Ich hab die gerade umgebracht. Und das glaubt ihr keinerlei einfach so. Komm ich durch diese Tür nicht durch, Alter? Bin ich fett? Ja. Oh, okay. Frittenfabrik, Alter. Frittenwerk, Alter. Wie heißt Frittenwerk? Frittenwerk, Alter. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Was machst du denn mal für Soße raus? Ähm, Classic. Dadurch die Dauer Games kommen mal schön ein hin, Kalle. Oh, ja, da seh ich uns wirklich. Ja, das freu ich mich schon. Und dann gibt's noch ne kleine Limo dazu, oder? Ja, ne, so ein kleines Aperativ. Alter, das leckt so unnormal. Dieser Scheiß-Kack-Server. Das ist halt wirklich so. Ich werd mich so um den neuen kümmern, so ein Megaserver. Du kannst jetzt auch mal Nitrado so ein bisschen hinterstehen. Huren... Äh. Ja, gut. Oder hat wer ne Partnerschaft mit Nitrado? Nö. Ich seh Kuccha, ich seh Kuccha. Hä? Du siehst mich überhaupt? Ah! Äh. Äh. Okay. Also bei mir lags grad auch extrem, muss ich sagen. Also wirklich extrem. Ja, ist grad echt nicht mehr schön. Nicht schießen! Oh, okay, 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 sorry, 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 sorry! Kuccha hat auf mich geschossen? Ja, ich hätt hier noch weggemalt können. Ja, keine Ahnung. Mich hat er nicht gekillt. Ja, ja, ja. Kommen wir jetzt raus, Kuccha. Ich steh rechts von dir, ich steh rechts von dir. Pass auf, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ah, okay! Der Hefemann, der Hefemann! Der hat auf mich geschossen. Ja, es ist Lesk und Christ oder wat? Ja, oder ihr beide, Alter. Oh, ja, jetzt muss ich hier aufpassen. Jungs, der ist richtig lokal, pass auf. Ja, ich komm mit irgendwie rüber? Nee, ne? Ich bleib jetzt hier, der kommt da nicht rüber. Bist du sicher? Ich bleib, du bleibst da drin, ich komm nicht zu dir rein, damit du safe bist. Ich, ich schiefe durch die Wange. Okay, okay. Lass aber der Tor, lass der Tor unten. Oder bist du, what the fuck? Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Scheiße! Kann ich da rüberjumpen? Er kommt hier gleich, mach's runter, sonst... Nee, 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 nee. Junge, ich hab so Angst. Hau ab! Ich hab ihn nicht, ich hab ihn. Okay. Oh shit! Warte, wer ist das? Das müsste das schlechteste sein, oder? Da kriegst du, oder? Das ist jetzt... Flatterman! Flatterman! Ohhhh! 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 Das was du mit dem schenkst! Ehre! Ehre! Das krasseste Mindgame ever! Das von Tim war auch krasses Mindgame. War schon lustig. Ohhhh! Ich kann dir halt auch nicht vertrauen, will ich? Schau! Ja, es hat auch keinen gejuckt so, dass ich geschnür... Ah! Ich weiß doch, wie das mit den Waffen funktioniert. Es laggt wie Scheiße. Ja, es laggt halt wirklich wie Scheiße. Aber ich kann das auch irgendwie nicht beheben, das ist die Scheiße. Ich hab auch manchmal, dass ich mich einfach nicht mehr bewegen kann. Da müssen wir jetzt leider durch und danach kümmere ich mich zum nächsten Mal um einen besseren Server. Dann kommen wir hinterher mit einer Shotgun. Mach die Tür auf! Aber das ist ja... Das Geile ist, das ist ja nicht nur heute so. Letztes Mal war das auch immer so, dass es laggt. Ich hab mich schon lange nicht mehr gewaschen. Achso, ich dachte, wir waschen uns. Oh, lecker. So steht die Limo. Oh! Warte mal, warum gibt es in einem TV-Studio so fette Waschen? Warte, können wir die kaputt machen? Nee. Ich glaub nicht. Ey, vielleicht können wir die wegtragen. Dann können wir irgendwen von den Jungs waschen, weil die stinken ja alle. Oh, das ist eine gute Idee. Kannst du die Badewanne nehmen hier? Guck mal, kannst du schieben. Oh mein Gott. Alter, wieso verfolgst du mich? Können wir die reinstecken? Weil du... Was stecken wir wo? Alter, gibt es einen Trick, wie man durch die Türen kommt? Ich komme durch diese Türen nicht durch. Ehre. Du musst eh drücken. Ich glaube, das leckt einfach, wenn du die aufmachst. Ah, lol. Die sieht einfach nur so aus, als ob die offen ist, obwohl sie Türen ist. Was sagt ihr denn hier? Ja, wir spielen Schubkarrenspiel. Genau, wir wollten eigentlich Leute waschen. Kannst du den... Willst du rein? Guck mal, ich setz dich rein. Ja, ja, ja. Tim, Tim schießt auf mich? Nee, du bist... Ganz zufällig machst du Genie auf. Du hast doch einen Radar. Ich hab alle... Ich hab alle Türen auf und mach die Türen auf. Schuut, Schuut! Warte. Kann die mich auch nochmal... Ah, ja gut, also... Warum bist du so fett? Ja, okay. Kriegen wir den Raum? Ich glaub, der kommt nicht durch, oder? Also... Mal ehrlich hier. Wunderbar. Jetzt mal hier, ne? Nee. In welchen Raum willst du? Wenn das hier ist. Will niemand irgendwas zu sagen? Was macht ihr denn da? Versuchen hier mich draufgeschieben. Ich hab ne Disco. Ich hab ne Disco. Ne, ich probier das jetzt. Achte Kalle. Nein, nein, nein. Deine Disco. Ich kenn deine Disco. Nee. Alter, beruhige dich. Oh, das... Oh. Ei, ei, ei. Okay. Das ist überhaupt nichts gebracht. Hast du mich versuch... Da ist einer tot. Johnny, da ist einer tot. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich komm hier nicht mehr raus. Ah! Okay, wir fehlen dir. Zu. 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 Ja, das Ding ist, wenn die Person schlau ist, schickt die einfach an Thomas durch die Wand, ey. Okay. Oder du bist es. Warte. Ich, äh, wir... Kutschi war Eno. Wir werden Kutscher waschen. Ich kann mich versteinigen. Also, du kannst es halt leider auch sein, ne? Aber... Also, ich hab mich sehr gewundert, dass da jemand tot ist. Also, ich versteh ehrlich gesagt nicht, wie du da stehen konntest und es nicht mitbekommen hast. Alter, was machst du denn hier drin? Und wieso hast du Kirste umgebracht? Aber das war ein Bad, ne? Ja, weil der ganz zufällig meine Tür aufgemacht hat, wo ich drin war und ich dachte, der hätte ein Radar. Also, deine Tür geht nicht mehr auf, Tim. Nee, ich hab die Idee. Ja, ich weiß. Die back ein bisschen. Also, wenn ich sterbe, ist es Johnny. Ich komm nicht mehr raus. Ich komm nicht mehr aus der Tür raus. Ja, nee, das hab ich auch schon probiert gehabt. Scheiße. Aber wir können hier das Ding noch davor stellen. Ist natürlich doof, dass ich die Disco schon raus hatte, ne? Meine Tür ist abgeschlossen. Sieht auch ein bisschen aus wie bei Breaking Bad hier mit den Kesseln. Und dann wird das Geld direkt in der Waschmaschine geraten. Ah, Tim, 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 Tim! Was, als Maul? Also, nachdem er schon jemanden weggemacht hat... Okay, vielleicht kann ich mit der Kroger? Das ist übrigens Traitor, wenn ihr den seht. Warum? Oh mein Gott. Hier liegt aber ne Leiche vor dir, Tim. Aber ja. Aber Traitor. Hä? Okay, dann ist es Bart. Kehr. Hä? Nein. Warum? Du hast gerade Gucci getötet. Aha. Da kommt keine Reaktion. Tim. Kehr. Oder Bart wurde gerade in dem Moment getötet. Tim? Bart? Okay, also zumindest ist ja ein Traitor tot und die killen sich gerade. Also sind wir beide eh nur. Oder du hast halt ein krasses Mindgame. Aber das würde ich dir auch gönnen. Ich meine, du bist ja sonst, ne? Eher schwach, was Mindgames angeht. So, was würdest du sagen? Können wir den... Ja, du bist halt noch ein Frischling, weißt du? Können wir uns gegenseitig mit der Kroger... Ah, guck mal jetzt. Ah! Ah! Nein, nein, nein! Da ist eine Bombe, da ist eine Bombe! Wo, wo, wo? Der hat irgendwas reingeschmissen. Nein, das glaube ich nicht. Doch, 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 doch. Safe! Nein. Safe! Okay, dann sind wir tot. Ich weiß nicht, ob das mich hier hinten erreicht. Zeig dich! Ich habe keinen Radar, Mann. Hä? Du bist tot. Also jeder, der sich da zeigt, wird abgeknallt. Ja. Oh, je, je, je. Das war richtig schlecht. Ich geh den jetzt holen! Alter. Alter, wie viel Blut da ist, als ob du noch lebst. Du hast vorhin schon 10 Kugeln abgekriegt. Nee, Alter. Ich bin... Fuck! Alter, das ist so schlecht. Der lag, Alter. Die bringen dich jetzt um, Alter. Die bringen dich jetzt um. Neee. Er mindgamed uns. Er mindgamed uns. Alter, du hast... Das sind Schildkröten. Die sind Schildkröten. Guck mal so. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt! Das sind wieder beide. Oh, den einen haben wir. Oh, den einen haben wir. Na Ehre! Oh, Alter. Nice. Ich habe zwei Leute gewonnen. Ich dachte, ich kann meine Leiche auf Inno stellen. Oh, Bart, du Arsch. Warum verarschst du mich da in der Situation? Das war nicht nett. Es tut mir halt auch voll leid. Alter, Tim, das war richtig bitter. Ja, war es auch. Ja, sorry, Kutscher, dass du da gestorben bist, ohne dass wir es mitbekommen haben. Ja, weiß ich nicht. Das war richtig geil. Ihr sitzt an der Badewanne. Ich werde so getötet. Lala. Ja, ich weiß so ehrlich genau, wie das passieren konnte. Wieso? Ich habe doch alles richtig gepredicted. Ja. Auf jeden Fall. Außer, dass jemand direkt vor deinen Füßen gestorben ist. Hä? Ich habe gesagt, Bart hat Kutschi getötet. Das ist nur ein Betrayter. Das war richtig. Solche Surprise. Also fick meine ich meine Mutter. Eine salzige Surprise. Ach man, ich bin immer in Ordnung. Das ist echt langweilig. Ja, was war's? Hefemann. Der ist hier gerade in die Kammer. Ist er nicht schön, Jonny. Ja, aber ich kenne mich hier nicht aus. Ich muss sagen, ich denke, am Anfang dachte ich immer, dass du Traitor bist. Weil ich dich einfach verfolge und du gar keinen Fick gibst. Aber jetzt habe ich das irgendwie zehnmal gemacht und du machst immer dasselbe. Ja, was soll ich denn tun? Du willst irgendwo hin? Ich kenne die Map jetzt in- und ausländisch inzwischen. Ja. Lass mich im Leben. Ich war im Keller nicht so wirklich. Was ist denn im Keller? Lassen Sie mich leben, bitte. Ich geh ins Klo nebenan, Kalle. Kannst du mir mal Klo Papier rüber entfernen? Hier ist ein Loch im Boden. Ja. Ja. Ist das für der Traitor? Nee, hier ist kein Traitorraum, aber das Loch im Boden ist von einem Traitor. Okay. Boah, ich hab so krass... Okay, das war wirklich witzig. Aber da... Okay. Ich hätte jetzt gerne rumgegangen, um dir die Führung hier zu komplettieren. Leute, wo seid ihr denn alle? Warte, ich komm zurück. Oh, ne, da bist du. So, und hier ist die Treppe, wo es runter in den Keller geht. Leute, Philipp ist schon wieder tot und keiner rafft. Okay. Wer ist tot? Ich muss eine Aufnahme machen hier. Das war zu witzig. Oder er macht einen Minecraft. Ich glaube, Philipp ist ja rumgegangen worden. Keiner von euch. Irgendjemand sammelt ununterbrochen. Gebt gar nichts. Aber das ist der einzige Raum hier unten. Nee, nee, ich hab auf meinem Stream Deck die letzte... Ich hab grad so kleine Flashbacks gemacht. Äh... Geht die Tür nicht mehr auf? Alter, was ist denn... Hinter mir? Nein! Ich bin im Raum. Bin ich rausgedeckt? Alter, hab ich mich erschrocken! Ja, hallo! Guck, da kam gerade eine Lampe auf mich zu. Alter, hört ihr Johnny noch? Ja, ich hör Johnny noch. Hä? Du redest doch die ganze Zeit. Ist doch nur ein Mindgame-Johnny, komm raus! Nein, du verarschst mich doch! Alter, hier ist deine Knochen. Okay, du hast mich wirklich verarscht. Das ist okay, krass. Philipp, wo bist du? Hört ihr Johnny noch? Oh mein Gott, ich bin auch noch drauf reingefallen. Das ist ja unfassbar. Du hast mir dieses Loch gefallen, weil hier ist dieses Loch vor der einen... Da guck doch mal runter. Ich weiß nicht, ob er da drin liegt. Ich guck mal rein. Da... Aber erst mal... Da liegt der... Oh, lol! Oh mein Gott, Spider-Man! Da verkennt er aber gar keinen Spaß. Der hat nicht nur eine Waffe in der Hand. Wir wollen uns da reinschubsen. Wir wollen uns da reinschubsen. Hey, okay. Oh, okay. Wollst du? Oh, lol. Okay, Spider-Man. Ja, aber komm! Aber komm! Er hat dich einmal mit der Kroba gehittet. Nein, der wollte mich da reinschubsen mit Rechtsklick. Was? Das ist jetzt ungünstig, ne? Ja. Ah, Leute. Okay. Okay. Wir machen ja das so... Okay, also... Flash... Ja? Du bist ein... Okay, ich hab ihn eh verloren. Du musst dir vorstellen... Spider-Man, wir gucken, ob Kucha da unten drin liegt, ne? Ja. Dann geht quasi... Bart, kommst du mit der Kroba von hinten? Auf ihn drauf, Spider-Man... Ja, kannst du es eh nur auf jeden Fall. Der ist ein Spider. Okay. Okay. Na gut, dann ist gut, dass ich dich nicht weggemacht hab. Hallo, Johnny. Okay, warum ist er... Johnny, du bist hinter mir? Alter, Tim. Ja, okay, dann... Was ist los? Ja, warte mal. Also, Johnny, du redest immer auf diese gewisse... Also, ich kann natürlich sein, dass es so ein Traitor ist. Das ist nur ein Gefühl, ne? Immer wenn ich so ein Gefühl hab, dann passiert das. Ich weiß, was du meinst. Das ist schon öfter passiert. Kannst du bitte woanders hingehen? Ja, klar. Kein Problem. Alter, Johnny schießt! Ah! Und sei denn, dass Johnny Trader ist. Und sei, dass ihr alle tot seid. Okay, Fles, das lebt ja nur noch... Nur noch Tim, den können wir easy abholen. Hallo, Kalle, Kalle! Alter, Fles, warum bist du so ein Assi? Warum bist du so scheiße in diesem Spiel? Fles, mach ihn weg! Ja, er hat's nicht geschafft. Oh, shit. Hä? Warum? Das war halt echt... Das war halt echt dumm. Er schießt einfach ohne Grund auf mich. Ich hab die ganze Runde nichts gesagt. Und jetzt bin ich, äh, natürlich... Jetzt bin ich suspicious, ne? Bist du dein letzter, Johnny? Jo. Aber ich mach dich. Aber dann... Okay. Wo bist du denn? Hast du ein Radar? Natürlich hab ich ein Radar. Warum lügst du? Ja. Huh! Heiei! 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 Und dann kriegt er aufs Maul! So, das heißt jetzt Turbo-Tim gegen Kalle. Das ist nicht so schwer für dich. Ich hab keine Hände. Du musst nur ne bessere Wappe finden, oder? Alter, das leckt so hart! Manchmal lauf ich dann einfach gegen eine Wand oder kann nicht laufen. Es ist anstrengend. Mitrado.de Ja, erzähl dir mal von deinem Wochenende. Oder was passiert denn jetzt, Tim? Am Wochenende. Hast du was? Also, äh... Ich bin, äh, saufen in Belgien. Du bist immer saufen irgendwie, kann das sein? Ja, mein Körper ist mir nicht so viel wert, weißt du? Ich merk das schon, du. Ich hab da keine Lust mehr drauf, mit dem rumzulaufen. Deswegen... Ja, ja. Zerstörlich mal, ist doch okay. Dann lauf ich mich ein und dann macht das Spaß, weißt du? Oder willst du eigentlich... Da eigentlich mal richtig schön... Arschge... Was? Das ist Johnnys Aufnahme, ich sag's mal. Ey, du hast grad den Trailer-Raum aufgemacht! Das hab ich gesehen! Wann ist denn der Trailer-Raum? Junge, wir sind eins gegen eins. Ist klar, dass du Trailer bist. Wo machst du den Trailer-Raum auf? Ah, da hat der Kalle den Aim rausgeholt. Alter, ich jetzt immer einfach wegmachen soll. Ich hab halt keinen Aim gewonnen. Ich hatte einfach recht. Das war eine weitere Folge TTT, meine Damen und Herren, ne? Ähm, morgen gibt's das Ganze bei Kalle. Abonniert da unbedingt rein, damit ihr die 100.000 schafft. Gestern gab's eine Folge bei Kutscha. Auch da könnt ihr reinschauen und ansonsten nur der FC Köln. Tschüssi! Gut!